Willkommen zurück und wir sind in Kapitel 3 angelangt bei Condemned. Schön, dass du wieder dabei bist. Und ich sag weiter geht's bei der wilden Hatz. Wir haben noch ein wenig zu renovieren. Hausmeister Krause ist on the way. Lalalala, alles spuddelig, scheiß Nachbarstab. Chicken wings, yeah baby. That's the way I like it. Huh, was ist denn da los? Brutz! Ha! Komm her du Stinkstiefel. Dieses ist ja jetzt nicht Geburtstings. Ein kleines Rohr. Nimm das kleine Rohr. Wir haben hier einige Rohr zu verlegen. Das schon wieder. Na, 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 huch. Er hat aber auch ein Zahn drauf. Zähne Mongo. Mungolite, he was a Mungolite. Haste da hoch? Nimm die Axt. Da kommt der erste Willi an. Yeah, what the fuck is going on with you? Pow! Pow! Der hat aber auch einen dicken Mantel an der kleine Weihnachtsmann. Uh! Uh! Waffen Johnny! Waffen Johnny! Waffen Johnny! Name mal das nicht, danke. Komm du mal raus, mir mein kleinere. Grimmel und coals kennt ihr ja nicht. Zipp! 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 Das Schild ist natürlich sehr verlockend. Na? Aber wir spielen mal lieber auf Safety first. So, hier war vorne eine Tür. Ach, wir müssen die Tür reinhacken hier. Wir sehen, hier war doch so eine Arschloch-Tür. Eine Gammel-Wammel-Tür! Hier komm! Jacky! Hallo, die Herren! Schöner wohnen. Thiele Wittler lässt grüßen. Schnell wieder zurück. Er kann irgendwie nur eine Waffe halten. Falls ich jetzt mal wundere, warum ich zurücklaufe. Der kann das Ganze hier erst einpacken. Schlimmer. Objekt verschieben. Zwei Schuss. Ein Schuss. Kann mich aber echt nicht daran ändern, dass ich... Kann ich da auch schießen? Wenn ich das erste Mal wirklich so viel Waffen hatte... Muss ich da auch schießen? Ja, guck mir irgendwer von den Schlingeln an und klaupt mir nicht nach hier hinten. Ja, macht bloß keinen Krach. Tür auf. Geht nicht. Da haben wir die Türen auf und Schränke auf. Und auch da. Der sieht genauso aus, der Schrank. Kackvogel von... Yay! Lalalalalalala. Ach stimmt, hier hat er ja Wüterich gewütet. Der kleine Wüterich... Hat uns sogar hier ausgesperrt. Gleich klaut er aus wie ein Knarre. Weil es sein Hobby ist. Komm, 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 komm. Der Bösewicht. Alter! Wir haben ein dickes Rohr gefunden. Ne, wir haben ein dickes Rohr. Was ist hier los? Na du? Kleine Schlingel. Kommt der schon um die Ecke und freut sie? Na komm. Hä, wo ist der hin? Hä? Der stand doch gerade wieder durch. Scheiß straßenfähiger Verkäufer. Da fliegt der nächste durch den Raum. Alter, die hauen sich hier gegenseitig all die Köppe hin. Das atmosphärisches Spiel. Echt geil. Da kannst du sagen, wann du willst. Hallo! Wir legen. Wir legen. Dass der Fuß ausstreckt mit der kleinen Stinkepo. Der hat ein Schild! Ach, den Schild. Ich wollte den Schild haben. Kleine, miese Bade. Und Stinkefuß. Mach den Stinkefuß, Kollege. Danke. Nur chill. Uiuiui. Was ist denn das jetzt? Uiuiui. Alter, was soll ich... Epileptiker lässt grüßen. Was soll ich machen? Muss ich mal den Film ausrufen? Stirb du Lump! Ernsthaft? Ohohoho. Die haben uns auf den Sack gegeben. Ohohoho. Was ist hier los? Geld her. Ich bin verwundet. Da. Drogen. Drogen sind gut. Eigentlich mal eine neue Zeitung hier. Hau. Radio start the radio start. Oh Gott. Ich häng in der Tür. Ich häng in der Tür. Was? Ist passiert? So. Tür öffnen. Oh! Wo kommt der denn jetzt? Hey, die Sicht macht mir hier aber auch Kirre. Hu. Da, 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 da. Kommen wir hier, wir gehen einfach hier lang. Da, häng. Ja, wie der U-Bahn-Station ist. Genau wie bei dem Waffenschrank. Man merke sich. Axt und Co. machen Fuh. Wie lang? Mit dem dicken Po? Natürlich nicht. Hallo. Ja, der hat ne Knarre. Wie klar. Und der auch. Leck mich doch. Spannend. Zum Schuss. Geil. Hilfe. Schon wieder eine Axt. Was ist los? Ist das hier der Ultra-Gori-Mori? Oh, der war da hinten eine andere Lump. Komm wie lang? Ich komm einfach nicht lang. Kack's nur ein bisschen. Hä? Was war da hinten? Na, was ist da? Aufnehmen? Metallstücke dürfen wir jetzt auch sammeln. Wird ja immer mehr. Aufpassen, dass ich nicht langsam... Oh Gott! Was war das? Ja, die war weg. Arsch. Sie haben einfach da rüber gesprungen. Der blöde Idiot! Fick dich! Fick dich! Arsch. Schnell 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 schnell! Bevor wir uns irgendwie in den Mund haben! Hier kommt THE CHECKY! Schnell, schnell, schnell. Wie viel Schuss? Die ist leer oder was? Oh yeah, bester Crewmate ever. Ah, sieht ganz gut aus. Hobo, wolf a shotgun, I'm a hobo. Oh, verzeihend gehts nicht weiter. I'm a hobo, wolf a shotgun, yeah. Sehr genialer Film, kann ich nur empfehlen. Liegt da ein Kackfugel auf dem Fernseher? Da liegt ein Kackfugel auf dem Fernseher. Der erste Fernseher, der funktioniert. Huiii, das ist eine Kirche und eine Knarre hat. Wer ist er? Liegt hier noch mehr? Brecheisen? Brecheisen benutzen? Für mich ist jetzt hier kein Brecheisen. Ja. Diese Schumai-Grafik gerade gefällt mir auch schon wieder total nicht. Hier kommt Jackie! Denkt er sich. Ach, come on. Ach, nee. Jeder Dricks-Charakter kann nach rüber springen, nur ich nicht. Ach, schönes Ding. Schnell, so. Kommt der nochmal von hinten? Ne? Natürlich nicht. Lauf! Schnell, schnell! Genau. Die natürlich wer ist. Warum auch nicht? Entweder töten wir die Gegengesteller, dass wir deswegen mehr Munition haben. Jetzt haben wir halt auch echt viele. Gott, Steuerung! Schnell! Achst! Deswegen werden später die Kinder nicht ziehen. Aber da hat sich die Welt gerettet. Es war nur mit Brecheisen und einem Rohr verlegt nebenbei. Lalalala. Die war leer. Ah, was lag da noch ne Axt? Die waren doch hier schon. Hier kommen wir doch her. Lalalala. Lalalala. Wenn mein Speck-Po da nicht drüber gekommen bin. So, sind wir reingegangen. So, denn hier rum. Das sind die Diebchen vom Latze jem. Oh, der kommt. Was ist denn mit jetzt? So kommt der denn gar nicht durch. So. Hier holten wir lang. Keine Witzker. Wichtig, ich bin dein Scheiß. Ne. Danke. Für nichts. So. Hier ist der andere Pondant gelaufen. Ah, komprende, komprende! Das ist aber einer der krassesten oberen Möbel, die ich je gesehen hab. Kein Ladenweite. Hui, ne Taube. Ne Deutschen. Wollen wir mal Förster spielen hier. Eins. Ah, zweite Brumme noch. Er hat mir den Spaß erledigt. Hier kommen wir nicht weiter. Neuerklar. Hier rüber? Ah, da kommt der mit Se... Na. Kleinerst du da rüber mit den dicken kleinen Puh? Uuuuh, was ist dein Süd für ein Timing gewesen? What? Was ist hier los? Ich krieg dir schon Zähne, alter. Oh, Lady Gaga kommt. Oh, come on. Da krabbeln sich alle untereinander. Bam, fight! Let's büten. Ist noch einer da? Oh Gott. Ui ui ju ui Hier ist was los Schild aufgeben. Ah wie könnt ihr jedes Schild abreißen Ist natürlich auch nett Maaan Wieso waren alle hier denn viele? Können wir da heraustrappen? Steuerlich noch einen Haufen... Rolleizung! Arschanguard, da Eles nochmal verreckt Arsch hier. Pantum. So. East No. Was heißt denn East No? Westen? Schöne Auto-Map. Gibt also auch weibliche Protagonisten. Antagonisten. Das war ich nicht. Aber war ja klar, dass hier wieder auch Scheiß ist zum Heilen. Sollte mir echt abgewöhnen, da zurückzulaufen. Da ist noch ein Vögelchen. Geh auf, schnell. Der schlachtet sich genauso durch wie ich hier. In der U-Bahn. Endlich. Ohne Fahrschein. Nein. Der Verdächtige befiehlt sich hierzu. Finden Sie ihn, bevor er fliegen kann. Na, da hätte er ja eine Zeit schon weg. Mit unseren dicken kleinen Stummelbein kommen wir dann hier. Wir müssen außerdem vielleicht auch noch mal irgendwie die Ecke kaufen. Wäre ja sonst ehrlich, wenn die jetzt hier... Mein Däubchen. Ich bin bestimmt da unten irgendwo. Kommt der nicht mal hoch mit dem dicken kleinen Stummelbein. Nach unten springen. Na gerne, der Herr. Wumms. Wie jetzt echt die Kackvogel haben. Wahrscheinlich finden wir trotzdem nicht. Hier. Oh, was? Äh... Ich muss mit der Axt. Huch, wir fahren ja schon. Hä? Hä? Was soll das? Jo, was? Das ist doch nicht normal. Lass mich doch rein hier. Äh, was? Also, ich spiele, ich glaube nicht, dass das normal ist. Da kann ich mich jetzt auch nicht erinnern, dass ich hier, wie du mal gestanden hast. Aber so fährt man heute Tag schwarz, glaube ich. Wenn man keinen Fahrschein hat und bei der Polizei arbeitet, dann, äh... Huch. Hier wohnen aber auch ein paar mehr, glaube ich, was euch aussieht. Äh... What? Nanananana... Huch, abspringen oder so? Hä? Was ist der Ruckse denn? Mit dem Puh? Hey, moin! Da hat nichts gebracht. Da kommt der erste Grabschi. Oh, jeden Mal, wenn ich zuhören will. Dreh die doch mal runter, jetzt so einen kleinen Dicken. Hau ab, du! Hui! Wow, 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 wow! Was? Alter, was ist los hier? Ah! Was? Geh doch da hoch, Krabbel! Oh Gott! Also, entweder fehlt hier gerade Zauut. Ne, das ist Zauut. Aber irgendwie mach ich keinen Zauut. Jetzt ist es wieder Zauut. Oh! Okay, ich sag mal... Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ich guck mal ganz kurz auf die Zauut. Ich glaube, ob das normal ist. Tschüss! Ich guck mal ganz kurz auf die Zauut. Ahh! Ich guck mal ganz kurz auf die Zauut! Untertitelung des ZDF, 2020